Wir haben jetzt eine ganze Reihe schwieriger Begriffe bereits geklärt. Ideen, Normen, Identitäten, Kultur. Vor diesem Hintergrund kann man jetzt ganz schön klären, was politische Kulturforschung als ein wichtiger Zweig der vergleichenden Politikwissenschaft eigentlich beinhaltet. Grundsätzlich kann man sagen, geht es hier um die Verteilung von Wissen, um die Verteilung von Einstellungen von Bürgerinnen und Bürgern bezüglich politischer Fragestellungen. Man könnte sich vorstellen, dass man von einer populistischen politischen Kultur spricht oder von einer demokratischen politischen Kultur. Das Ganze läuft über einen Zugang, den wir makrotheoretisch nennen. Das heißt, uns interessiert eigentlich die Verteilung von Einstellungen in einer Gesellschaft, während der methodischen Zugang eher einem methodologischen Individualismus verpflichtet ist, was so viel bedeutet wie, dass wir natürlich Individuen nach ihren Einstellungen fragen und daraus dann Aggregate bilden. Ursprünge der politischen Kulturforschung liegen in den USA in den 1950er Jahren bei Gabriel Almond und Sydney Verber, die die Gründe für den Zerfall von Demokratien vor dem Zweiten Weltkrieg versucht haben zu eruieren und unterschieden haben zwischen vier Einstellungsformen der Bürger. Da wäre erstens zunächst die Selbstwahrnehmung des Bürgers im politischen System, zweitens die allgemeine Einschätzung des politischen Systems, drittens die Einschätzung der Teilhabechancen. Hier geht es um die sogenannte Input-Dimension und viertens schließlich die Bewertung der Ergebnisse des politischen Systems, was die Output-Dimension bezeichnet. Abhängig ist das Ganze von der Handhabung politischer Macht im politischen System. Wir erinnern uns an die vier Machtformen. Erstens Robert Dahl, der sagen würde, A kriegt B dazu, dass er eben eine Handlung vollzieht, die er sonst nicht vollzogen hätte. Zweitens nach Steven Lukes Non-Decision-Making. Drittens, wie kriege ich meine Ideen in die Köpfe anderer Leute, die berühmte Propaganda- oder Indoktrinationsmaschine der Nazis. Und viertens schließlich die Foucault'sche Form der Macht, wo man davon ausgeht, dass Macht überall in der Gesellschaft sitzt und dass man eigentlich nicht mehr weglaufen kann vor, sagen wir mal, dem allumfassenden neoliberalen Wirtschaftssystem, in dem wir uns bewegen. Es geht also um die Aggregation individueller Werte zu größeren Werten für Gesellschaften. Ein Beispiel dafür ist, dass Max Weber bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die protestantische Arbeitsethik geforscht hat, als Erklärung für den Kapitalismus auf der Makroebene, weil eben prinzipiell grenzenloses Arbeitsverhalten aufgrund des Strebens nach Gottgefälligkeit auf der Mikroebene dazu führt, dass Kapitalismus entsteht. Aus einer kritischen Perspektive könnte man natürlich dann Individuen in Umfragen konfrontieren mit den eigenen Werten, also des moralischen Subjekts, der Rechtsperson, des eigenen und des Eigentums, und zwar mit der doch relativ ambivalenten Genese all dieser Werte. Was heißt es eigentlich, dass wir in Europa leben? Was heißt Demokratie eigentlich? Was heißt Gerechtigkeit? Was heißt es, in einer Sprache zu leben, einer Religionsgemeinschaft anzugehören und so weiter? Das wären dann weiterführende Formen der politischen Kulturforschung, die durchaus ihren Stellenwert in der vergleichenden Politikwissenschaft beanspruchen dürfen. Julia Graf Gabriel 操績